Ich bin sehr dankbar dem Koalitionsausschuss, dass er gestern eine weitere Milliarde für unser so gut laufendes Programm Neustart Kultur genehmigt hat. Ich denke, das ist vor allen Dingen eins ein Zeichen der Wertschätzung und der Ermutigung für die Künstlerinnen und Künstler. Denn mit diesem zweiten Lockdown, der bei Auflage des ersten Programms ja gar nicht eingepreist war, ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, als hätte man sich jetzt daran gewöhnt, dass die Kultur still steht. Und ich sehe, dass es vielen Künstlerinnen und Künstlern auch den Einrichtungen inzwischen nicht mehr nur um wirtschaftliche Aspekte geht, sondern dass auch seelische Nöte inzwischen sich breit machen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir mit einer weiteren Milliarde ein ganz großes Ausrufezeichen auch mal setzen, auch wenn man das international vergleicht. Und das ist nur gelungen, weil es ein Zusammenarbeiten zwischen dem Bundestag und der Regierung gegeben hat und der Koalitionsausschuss gestern dann doch einmal mehr eine Branche ins Visier genommen hat, nämlich die Kultur. Die Notwendigkeit noch mal zu handeln ist auch deutlich geworden, dank einer Europastudie, die besagt, dass die Kulturbranche die mit am meisten getroffene ist von dem inzwischen elfmonatigen Lockdown mit minus 31 Prozent Umsatz, ist die Kreativwirtschaft stärker getroffen als zum Beispiel die Tourismus- oder Automobilindustrie. Und innerhalb der Kultur und der Kreativwirtschaft sind es vor allen Dingen natürlich, das wissen Sie, die darstellenden Künste, die fast 90 Prozent weniger an Möglichkeiten haben, auch von ihrer Arbeit zu leben. Und deshalb war es ganz wichtig, zumindest finanziell ein Zeichen zu setzen. Wir können, und das ist auch ganz notwendig, hier zu sagen, auf ein best funktionierendes Programm aufbauen. Neustart Kultur haben wir ja im vergangenen Sommer mit der ersten Milliarde systematisch so aufgebaut, dass wir mit den Dachverbänden der einzelnen Kultursparten gemeinsam die Hilfen ausarbeitet haben. Und das Geld ist jetzt die eine Milliarde innerhalb von vier Monaten zu fast 900 Millionen Euro bereits abgeflossen. Also es ist verplant und bewilligt. Und wir haben jetzt schon Überzeichnungen, die über 350 Millionen Euro im bisherigen Programm hinausgehen. Insofern ist es auch evident, dass wir mehr Geld brauchen. Wir müssen das Rad aber nicht neu erfinden, sondern das Programm und der Umgang mit diesem Geld funktionieren. Im Vergleich zu manch anderen jedenfalls sehr, sehr gut. Wir setzen uns seit Monaten für den sogenannten Verlustrücktrag ein. Wir haben auch mehrere Initiativen im Bundestag als FDP dazu gestartet, weil das ein sehr effektives Instrument ist, um den vielen gebeutelten Unternehmen in Deutschland zu helfen. Wir sind deshalb froh, dass die Große Koalition endlich überhaupt mal was dazu beschlossen hat. Die Regelungen sind aber im Detail leider so ausgestaltet, dass es eine Reihe von Unternehmen geben wird, denen das nichts oder nur teilweise etwas bringen wird. Denken Sie an den Zeitraum von einem Jahr. Und das Beispiel liegt auch auf der Hand. Wenn Sie als Unternehmer Ihrer Steuererklärung im Jahr 2021 Ihre Verluste mit Gewinnen des Jahres 2020 verrechnen wollen, dann aber feststellen, dass die Pandemie auch wirtschaftlich schon im Jahr 2020 gewütet hat und dort auch nichts anderes zustande kam als Verluste, bringt Ihnen die Regelung am Ende nichts. Und das ist sicherlich ein großer Pferdefuß der Regelung. Zweitens, auch die Mittelschicht profitiert nur teilweise von den Beschlüssen. Die Große Koalition hat ihren alten Beschluss zum Kinderbonus wieder aufleben lassen. Wir wissen alle, dass dieser Bonus mit dem Kinderfreibetrag verrechnet wird. Und das heißt, es wird viele Mittelschichtfamilien geben, wo beispielsweise beide Ehepartner arbeiten, die beide im Homeoffice sind, die beide auch noch Homeschooling machen müssen, die besonders belastet sind und am Ende gar nicht von dieser Regelung profitieren. Und das heißt, es wird viele, die Leute, 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 die Leute,